thank god that i made it this far if it wasn't for my driver then i would have crashed the car it's the tough bitch i care about my safety so you can replace me cause i want this forever yeah forever hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf meinem kanal und heute machen wir die random pickaxe challenge also eigentlich das gleiche wie die skins challenge nur mit pickaxe also war es eine grüne Picke hat dann nur grüne Waffen blau und blau wenn lila dann nur lila und es gibt glaube gar keine Gold nennen bei denen bei der wenn ich gekriegt muss immer wohl und bei den mythischen der Pinot Grau das auch Gold und bei die die Sireien aber auch Gold also ist so eine gleiche scheiße so ich schätze mal auch zufällig dann werden wir ganz schnell wieder zurück dann können wir einfach mal entspüren nicht und ja ich hab gesagt wir sind einfach dann wenn ich wieder im Battle Bus bin ja bis gleich so dann haben wir wieder so dann haben wir wieder und ja hier wird 6 um zu machen in der Lobbyuhr noch nicht in der Lobbyuhr noch nicht da ja am Anfangsdienst heute ja wir springen dann auch in 3 2 1 blau ja blaue wochengänge eigentlich sogar manchmal trotzdem gefühlschwager zu finden wie Gold aber schau mal was wird ja ich gehe gerne nein ich werde nicht rank das heißt wir haben die Arena sondern rank game ganz gut du mit Loot ja ja ich werde jetzt direkt neben mir laufen das war's mit mir ich werde komplett mit mir dann Spaß ich gebe dir die oh ich gebe dir Infos nicht ich bin natürlich ich bin natürlich weil ja auch ich bin ich bin es wird das ich bin und es wird und es wird natürlich der Kostipps der Europas ich glaube ich so wie ich es war nicht ich bin aber ist gut auch nicht die Leitwürde anzusehen auch weiter Hohi Portia dr sehr kritisch wenn die Schwierigkeiten Ich kann die Gänge noch mal sehen. Also wenn die Dings geht, dann geht es immer nur die Dings. Wo ist denn da jetzt hin? Wir werden noch Impulse nehmen oder so. Eigentlich passt das. Wenn ich merke, ist es zu gut, dann habe ich auch. Okay, schon mal. Nehmen wir gerne mit. Ichotte auch was ich jetzt 2 Wochen gleiche wie ich konnte. Es kommt ein bisschen kritisch zu hören. Zurufe ich noch max. und hier natürlich wenn er nicht ab und natürlich so gut hier wenigstens eben wieder kaktiv um sie wird blau ist die Kunde rüber das nach dem der Worte der 5 und die Karten mein Gott grüßt seit wann gibt es eigentlich Spaß wieder ist es jetzt hier ganz weiter mein Gott egal, der hat ja eine Bindung ausröpig auch aber auch mein Stuttgart dort geht es um so wie wo der andere Krupport oder meint es auch dann gehe ich noch ok dann kann ich meine Füße nicht mehr reingehen ok ist er bloß ist er bloß verbunden oh na wo ist dies wo ist dies wo ist wo ist da wo ist 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 wo ist